da sind doch alle da stehen da immer alle oder was ich bin der einzige der was ernsthaft ich dachte das wäre ein geheimbus busch neuro ich dachte das wäre ein geheimbusch den nur ganz geheime leute kennen jetzt kann ich chillen ok dann chill ich mal ja hände sind weg ich mache gar nichts mehr ich sage ja schon nichts mehr ich mache ja nichts mehr ich stehe nur hier und gucken sie ich guck schießen wäre doof schießen ist doof glaube ich oder richtig scheiße aber irgendwann kriegen die halt mit dass ich da stehe wo fahr ich denn dann hin dann bin ich tot oder wenn die wissen dass ich hier stehe oje oje jungs ob das so ein geiler plan war aber okay ich stehe da ja ganz gut und mache alles auf euro das ist mir das zu riskant zu riskant das ist ja so ein bisschen wie artifan auch ne leid also so spotter passives spotting ne oder das ist mir zu riskant was mache ich denn wenn jetzt einer aufpoppt fahr ich dann in die wo fahr ich denn dann hin wo fahr ich hin einfach stumpf zurück oder was oder fahr ich hier unten rein oder hinten zum wasser oder wo fahr ich hin zum wasser ist wahrscheinlich besser weil das kann ja jetzt gleich irgendwann mal passieren wenn ich pech habe oder bleibe ich einfach ich chill einfach hier ab bis bis der krieg vorbei ist ach so ok also bleibe ich einfach hier so stehen die sterben also die die zu mir kommen ja wenn die tds aufpassen dann ja wenn die tds nicht aufpassen dann nicht obwohl die so steht da und da steht noch ein t69 ok der ebr kann mich natürlich direkt anfahren oder jetzt hauen die hier aber ab so ein bisschen weil der stritzwagen kommt zu mir das schon mal gut ok bully boys kiss ok ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt die art die könnte ja mal auf den t 49 schießen das wäre eigentlich eine ganz gute idee aber wir haben den hügel verloren wir haben den hügel verloren was fährt die is 3a jetzt quatsch die wenn der t 69 49 jetzt am wasser entlang fährt muss ich da nicht ein stück weiter vorne stehen damit er mich nicht proxy spottet hat das auf mich geschossen aber ja schade 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 also da war ich ein guter habe ich mich eigentlich ganz gut hingestellt da wo der kollege da war mir gesagt hat captain aber nur ja aber die können auch nicht vorfahren oder die werden jetzt von hinten wahrscheinlich aufgeraucht steht der andere am x dahinten spotten jetzt wird auch vor der 50 tp aber mache ich jetzt jungs ich bin tot sterben ich will doch nicht sterben ich bin doch noch so jung bin ich noch offen oder bin ich schon zu wieder naja ok ich habe noch 200 schaden gemacht mehr war nicht drin oder ich war auch der letzte noch überlebt hatte schade beim ersten mal hatte ich auf der map auch tatsächlich diese war jetzt nicht so schlecht oder zum glück habe ich nichts angepackt so wie ihr gesagt habt ok der ton ist nicht weg ist der ton weg bei euch ist dazu mompete ich hätte noch stehen bleiben können ok ich fahre noch mal den franzosen kann man noch mal leid naja stimmt stimmt neuro der ich fahre noch mal ja Vielen Dank.